Da, Franz! Jo! Dankeschön einmal, dass du mit so'n Krölln eigentlich anrast. Peter, geh! Mach' ja gern! Das Krölln, das ist nur das einzig Worte, wie ich am Mann. Nur das Feier, das Fleisch und du! Genau! Grillen ist Männersache! Genau, sag' ja! Die Weiber, also Schatz ist halt, ja, die kehren in die Kuchel zum Herd, ja, aber zu so'n Kröllertag kehret' auch echt der Mann! Genau! Ja! Du! Wo is'n' überhaupt der Olle? Dei Schatzi! Wer? Ja, die Dings! Also, die Dings! Ja, das vom Fleischhocker das Fleisch holen! Weißt' ich, die killen und wir grillen! Aber! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Hoffentlich holt sich da nicht irgends so ein Mirster her! Weißt' ey! Die, die Schatzes, die ome so die ungonene Angewohnheit, dass ein Krölln oft mit einer Zucchini oder so'n, die auf der Seite! Da sage ich ja, auf mein Grubbeler kommt da so ein Fleischverweigerungs-Graffel sicher nicht, bitte, ja. Da hast du übrigens gewusst, dass das Wort Vegetarier aus dem indianischen kommt. Und so Grasspeed-Stepper zum Jagen. Hallo, Schatz. Meine Zucchini. Warum das Fleisch in deinem Bratwitz? Wo hast du den Gröller eh schon ausgesucht, oder? Sag mal, Schatzi, so bitte, was heißt da? Ich frag mal, wo ich den Gröller schon gesunden hab. Ich sag, schau her, Grillen, Schatzi, Grillen ist eine Kunst, ja. Und ich bin der Künstler, ja. Der Gröller da, der muss sich erst einmal da an die Umgebung gewöhnen. Er ist ja nur ein Mensch, ja. Der muss sich akklimatisieren. Das verstehst du nicht. Ich hab ihn noch gemeint, weil um halber Angst die Mutti kommt. Ja, du, ich geh da rein, ich mach da deinen Renate fertig, ich mach das da schon raus. Und das ist... Ja, wir essen. Bravo! Lass dich von der auch nix ein, ich red. Dei versteht nix vom Gröller. Ich bin der Renate so deppert, borg' bald ein Feierzeug, ich hab's aussehen. Vergess' ich die Bärschneider. Du, übrigens, mein Bier war halt leer. Schatzi! Geh, Schatzi! Geh, gebring zwei Bier, ich kann nicht da einen weg jetzt. Und du, Schatzi, ich bin ein bisserl im Stress. Ich muss noch die Sausen fertig machen, das Baguette, die Salate und die Nachspeise auch noch. Kannst dich dein Bier nicht vielleicht selber holen. Sag mal, wie stellst du dir das vor, Schatzi? Ich kann den Gröller ja nicht alleine hausen jetzt. Warum genau kannst du den Gröller nicht alleine hausen? Willst du das Fleisch noch nicht einmal auf die Gläge hausen? Schatzi, das verstehst du nicht. Der Gröller, der muss einmal auf die Grottemperatur kommen. Ja, weil sonst wird das alles da nix. Komm, komm, ich mach das schon. Halt, holt du das Bier und lass mich da arbeiten, ja? Ja, ausnahmsweise. Soll ich nicht aufs Fleisch hergesen? Wenn er so da hat, dann sagst du nix, heißt er. Das heißt nix sagen. Habe ich gesagt, dass ich kein Bier hab. Da, bitte. Schatzi, ich mein, das ist aber net, ey. Erstmal, das ist ja größer. Da kann ich kein Punktigammer mit dem Kölner unten. Das weiß ich nicht. Ich hab halt erst zweit genommen die Tür geholen. Schatzi, ich mein, erst im Ernst. Du kannst dich von mir nicht erwarten, dass ich da meinen Haber so größer gebe. Sonst unten im Kölner müsse da nicht Punktigammer sein. Ganz unten im letzten. Ich hole dich auch, ne? Ja. So. Hey, Schatzi! So. Ich mein, gibst ihm der Waller ans, oder was? Schatzi! Hoffentlich verbringt mir jetzt die Kuh nix, ne? Schatzi. Steh. Ey Frau, kein Verständnis fürs Grün. Nein, 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 nein! Cyatzi. Kein Verständnis fürs Grön. Na, geh... Na, geh... Na, geh... Geh, Schatze! Schatze! Geh, bring' mir die Geschenke! Komm' nicht da, wo nicht weg ist! Da! Bitte! Der Kuh! Kein Verständnis fürs Grön. Du schau... Das Fleisch ist auch schon fertig. Schatze! Geh, Schatze! Geh, bring' dir da alles Fleisch, warte da oben so weit! Aus! Schloss! Ihr zwar hockt zwar die ganzen Tag, wie die Urviecher und ich steh' in der Küche und schätz' wie die Blöde! Und da glaub's dir noch, das macht mir Spaß! Mir reicht's! Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Des Salatmacher macht sie fertig! Ich weiß nicht... Ich weiß nicht...